Hallo mein Freund. Kann ich den? Warte mal. Ich nehm den mal mit. Dann hab ich wenigstens einen so ein bisschen im Rücken. Oh, und hier war anscheinend auch einer gewesen. Hier liegt immerhin noch eine Maske rum. Und worum liegt hier Stroh? So. Dann gehen wir mal gucken. Hier liegen schon wieder Kassetten. So, Denny Dental hat alles für ein Heilmittel. Ich wollte schon gerade sagen, aber das ist ja ein Zahnarzt. Ich wollte gerade einen Witz machen, aber ist ja ein Zahnarzt. Denny Dental. Ich glaube, wenn ich ne Praxis aufmache, dann heiße ich auch Dennis Dental oder so. Oder Denny Dental. Ja, aha. Hört, hört. Meine Damen und Herren, ich würde gerne die Vorführung genießen. Bitte halt die Klappe. So. Ja, ja. Es gibt einen Maulwurf hier. Einer meiner eigenen Leute hat Ryan Hinweise auf meine Aktivitäten gegeben. Und jetzt werde ich eingesperrt. Als Religionsgemeinschaft haben sie uns bloß überwacht, aber als politische Gemeinschaft wollen sie uns kreuzigen. Eine Ironie, die nur ein schwacher Trost ist. Und doch. Ryan wird es als letzter einsehen, aber er hat das Volk schon nicht mehr hinter sich. Wo man mich auch hinschickt. Rapture wird mir folgen. Mhm. Hat sie ein nach dem anderen ausgeschaltet. Hinterrücks quasi. Um halt auch so ein bisschen an die Macht zu kommen. Hat sie wahrscheinlich mitgespielt im ersten schon. Quasi um ihn halt zu vernichten. Aber er hat's nicht gemerkt. Naja. Wir haben ihn dann zu Fall gebracht und sie hat quasi dann alles, ja in Anführungsstrichen, übernommen. Jetzt geht doch mal an die Seite, mein Gott. Die hat sich hier, die hat sich's echt gemütlich gemacht, Alter. Und da oben läuft der, ich weiß gar nicht, was für ein Film da läuft. Würde mich mal brennend interessieren. Ach, ich muss den jetzt aktivieren, den Vita-Chamber? Ist ja interessant. Ich dachte, man müsste den nicht mehr aktivieren. Im ersten Teil musste ich den doch auch nicht aktivieren, oder? Weil, wäre mir jetzt neu, dass ich die jetzt aktivieren müsste. Ach, guck mal hier. Äh. Hört sich nicht sehr gut an. Warte mal eben. Ich will noch was ausprobieren. Na, es klappt ja super. Da ist noch eine Eve-Spritze. Ich könnte ein bisschen Eve gebrauchen. Weil dann nehme ich die Spritze mit. So, dann haben wir wieder 6 von 6, 5 von 5. Super, sehr schön. Läuft. Ach, guck mal, jetzt noch ein Tonband, dann nehmen wir noch mit. So. 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 Ähm. So. Gut, jetzt können wir da hinten sogar noch lang gehen. Da haben wir ja gehört, dass da vorhin auch noch welche waren. Äh. Wo ist denn mein... Mein Roboter ist einfach weg. Ich hab keine Ahnung, wo Robi Roboter ist. Die Gefühle spielen verrückt. Mensch, ich bin total verliebt. Kennt das noch einer von euch? Ach nee, da ist er ja wieder. Die Promenade. Hä? Was für eine Promenade? Ich sehe keine Promenade. Ich bleib mal hier. Ich lass den Roboter da mal ein bisschen arbeiten. Kann ich mir in dessen noch mal eben hier kurz mich ein wenig umsehen. Ah, hier. Achso. Gut zu wissen. Lala, lala, lala. Wo ist denn... Wo geht's denn hin? Achso, von hier kamen wir, ne? Wo ist er denn? So. Die ist bei lebendigen Bleib verbrannt durch ihn gerade. Hm, zauberhaft. Selbstbewusstsein ist kein Wunder, Eleanor. Es ist ein Trick der Gene. Eine endlose innere Leier, die ständig fragt, was ist für mich drin? Um der Welt zu dienen, müssen wir taub werden gegen das Selbst. Bist du bereit? Glaubst du nicht selber dran, oder? Was die da erzählt. Ich dachte, hypnotisieren ist dann, dass sie sich dann gegenseitig erledigen. Oder nicht? Sollen die sich nicht gegenseitig dann erledigen? Ich dachte, hypnotisieren war für gegeneinander. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen falsch informiert gerade. Mami, nein! Mami, nein! Mami, nein! Oh, warte mal. Wenn wir schon einmal hier sind. Ich weiß, ich gehe wieder außerhalb der Story, aber egal. Das ist ja das bei Bioshock. Das kann man ja machen. Das finde ich voll geil. Da können sich einige Spiele heutzutage auch mal eine Schale davon abschneiden, dass man sogar während der Story einfach mal... Und noch nicht mal als Open-World... Das ist ja noch nicht mal als Open-World-mäßig hier. Das ist ja einfach nur ein Level. Na, da können sich einige Spiele echt mal eine Schale davon abschneiden, die nur Level haben. Dass man hier auch so außerhalb der Story so ein bisschen Räume... Oh, 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 warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie viele Dings da sind. Erstmal den. Dann nehme ich jetzt den hier. Aua! Äh, was? Ernsthaft? Müsst, jetzt brauche ich noch einen Hack-Pfeil. Das wäre geil. Ach, einen Auto-Hack-Pfeil habe ich auch noch. Okay, warte. So, und dann den hier nehme ich auch noch. Das müsste aber eigentlich reichen. Ach, hier ist auch noch einer. Trifft sich ja gerade super, dass ich so viele habe. Mal gucken, was es hier so gibt. Ich könnte gleich mal den... Hä, was war das denn? Höh! Ernsthaft? Okay. Okay. Ich bin gerade am überlegen, wie ich es mache. Ähm. Haben wir noch... Ach, wir haben noch einen Auto-Hack-Pfeil. Dazu müsste ich aber an dem dran kommen. Okay, unser Roboter ist weg. Ist nicht so schlimm. Hier liegt noch ein Tonband. Schrotflinten-Munition. Sehr schön. Ein neues Gesicht. Ich habe ein verdammtes neues Gesicht. Ah, Fontaine. Alles zügt sich zusammen. Ich habe das gedacht. Das Betrüger-Paradies. Ich muss meine Atlas-Stimme weiterentwickeln. Ich schätze, der Akzent liefert mir einen Vorwand, mich mit einer Pulle in einem Zimmer einzusperren und die Kohle zu zählen. Jetzt ist der Krieg richtig am Togen. Und ich habe eine höllische Überraschung für Andrew Ryan. Hat lange gedauert. Aber ich schätze, der verlorene Sohn bucht jetzt gerade seinen Flug. Fontaine, du kleiner Dreck-Sack. Den kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Oh Gott. Nein! Das gibt es nicht. Nein! Ich werde so sterben. Oh, Alter. Oh Gott. Gehört der zu uns hier? Okay, Kontaktmini ist schon voll. Äh, warte mal. Wieso habe ich denn keine... Haha, selber schuld. Wenn du nicht aufpasst. Ich würde den gerne hacken, der hier um die Ecke ist, der hier. Weil dann gehört der auch zu uns. Komm doch hier, mir sind noch ein paar Geschütze. Ich lasse, ich lasse die einfach mal machen, alle. Mal gucken. Wenn ich schon einmal... Aua. Das hast du verdient. Ich glaube, das war's, ne, oder? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Okay, er ist fast kaputt hier. Ist nicht so schlimm, aber der hat uns gute Dienste geleistet. So kann man sich natürlich auch, äh, Munition sparen. Dann schauen wir mal. So. Schauen wir mal. Okay, das Geschütze ist tot. Das, äh, haben sie erledigt. Hier liegt noch ein bisschen Munition. Ich glaube, das war's, ne? Sehr schön. Geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Hackpfeile zu benutzen. Die wir jetzt wieder hier wiederbekommen. Auto-Hackpfeile. Okay. Waren wir hier schon? Bei Fischer Gallery? Ich weiß gar nicht. Waren wir hier schon gewesen? Nee. Oh. Hallo. Alter, wie riesig das Level aber auch ist. Vorne war auf jeden Fall noch ein Verbandskasten. Ich entsinne mich. Ich muss da, ich muss es im Kopf behalten, dass da was war. Oh. Ist jetzt egal. Hauptsache. Hauptsache, die ist weg und die kann uns nicht gefährlich werden. Hier haben wir wieder eine Genbank. Muss ich, glaube ich, jetzt gerade nicht dran. Ich dachte, was leuchtet jetzt hier so rot. Oh. Huh. So, was haben wir sonst noch hier? Sonst noch irgendwas? Ne, E-Spritze brauchen wir gerade nicht. Warte mal, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Warte mal eben. Oh, so. Ja, so ist das schon viel, 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 viel angenehmer. Da kann ich das Kabel ein bisschen runternehmen. So. Kann ich ein bisschen entspannter spielen. So ist das schon viel, viel angenehmer. So, die ganzen Akkenschränke kann ich durchsuchen. Ja. Sehr schön. So. Hier finden wir wieder eine E-Spritze. Die, wir können mal, komm, wir können mal eine E-Spritze benutzen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Dann können wir die aufnehmen. Und wir finden hier wieder... Boah, Spezialist. Alter. Aber erstmal hören wir hier rein. Reins Leute machen Dampf. Ich soll beweisen, dass der Laden hier eine verkappte Kommune ist. Aber ich brauche Zeit. Und Lambs kleine starb mich dauernd an, als wüsste sie, dass ich ein V-Mann bin. Ich denke aber immer an diesen Johnny Topside. Gehörte schon richtig Mumm dazu, Rapture zu entdecken, wie es ihm damals gelungen ist. Es fällt mir leichter durchzuhalten, wenn ich mir vorstelle, ich wäre er. Gut, dass ich damit nicht zu Lam gehen kann. Die würde wahrscheinlich sagen, ich hätte das unbewusste Bedürfnis, in seine Arme zu sinken und mit ihm rumzumachen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich in den Arm von Johnny Topside. Naja, mein Gott, ne? So, Boah-Spezialist. Wer braucht Waffen, wenn er einen Bohrer und eine nahezu unendliche Auswahl an Plasmide hat? Alter, das klingt sehr geil. Ähm. Schnelligkeit, Schuh, Gefrierbohrer, dem brauchen wir nicht so viel. Ich nehme den mal. Nimm den mal. Alter. Unendlich an Plasmide? Was heißt denn das? Kann ich jetzt so unendlich bohren, so viel ich will, oder was? Das wäre natürlich geil. So, gut, dass wir hier waren. Jetzt hätten wir das nämlich liegen gelassen. Je nachdem, wie gesagt, wir sind immer noch nie in der neben, oder was heißt neben bisschen, wir sind immer noch neben Bayern rumlaufen, anstatt zur Hauptmission zu gehen. Und wir müssen noch in den Garten, fällt mir ein. Da müssen wir nämlich, da müssen wir nämlich noch hin. Wir sind nämlich gerade hier an der Promenade. Ich frage mich, was hier an Promenade ist, aber gut. Eine Promenade besteht bei mir aus, äh, aus Wasser. Gut, Wasser hat man hier. Und, äh, Lichter und, äh, ja, eine Promenade. Das wäre so für mich eine Promenade. Aber, waren wir da schon? Hier waren wir noch nicht, ne, oder? Ach, hier ist zu. Also, so sehe ich, so, so kenne ich eine Promenade. Ich kenne eine Promenade von, 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 nicht Urlaubsbildern, aber von Urlaub, wo ich mal gewesen bin, Spanien. Das ist so ein Geländer, direkt am Meer, mit, äh, so Laternen. Und das ist für mich eine Promenade. Aber das ist doch hier keine Promenade. Das ist, Kackhaufen ist das. So, vielleicht war das mal eine Promenade, ich weiß es nicht. So, ähm, nichtdestotrotz möchte ich jetzt erstmal Richtung, jetzt wollte ich schon gerade sagen, Promenade gehen. Nein, ich möchte nicht Richtung Promenade, sondern ich möchte Richtung, ah. Ach, wir haben ja schon wieder voll. Oder wir sind schon wieder voll. Ähm, was, 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 was? Werbung für Nadelgeldschussverkauf. 1959 für Damenmode. Uh, oh, hört, hört. Werbung für, Atlantik Express. Transitfahrplan, ja, schön. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Ach, genau, jetzt sind wir wieder hier, ne? Genau, wir müssen zu dem Zug. Aber, bevor ich da hingehe, gehe ich jetzt nochmal zurück. Weil es war hier irgendwo noch der Garten. Jetzt weiß ich noch nicht, wo das war. War das jetzt hier? Warte mal. Das muss weiter zurück gewesen sein, falls du dich noch entsinnen kannst. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Mittlerweile müsste es ja schon eine andere Folge gewesen sein. Oder ist schon eine andere Folge. Ähm. Lalalalalala. Genau, hier. Lamps Garden, genau. So, hier geht es nämlich zum, zu den Zügen, zum Kino. Also zum Porno-Kino, Triton-Kino und zur Promenade, da waren wir. Und hier geht es zum Garten und zum Karussell. Das Karussell kennen wir. Jetzt müssen wir noch zum Garten gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel uns hätte generell so auch zurückgeführt während der Story. Ich möchte es aber vorab ablaufen. Weil, wir haben ja jetzt schon ein paar Plasmide gefunden. Äh, nicht nur Plasmide, sondern auch generell so. Äh, Sachen, die wir bisher noch nicht gesehen hätten. Äh, wo ist denn jetzt der Garten? War das hier? Das Karussell? Ah ja, hier ist das Karussell. Aber wo ist der Garten? Und was ist... Ach, hier oben, guck mal, hier oben ist die Pianobar. Guck mal, die Pia... Die Klavierbar. Mhm. Aber wo ist denn... Fischergalerie? Aha, aha, aha. Zu den Zügen? Lamps Garden. Ah, hier. War das echt... War das echt so weit... Ah, hier. War das echt so weit zurück? Ich kann mich da gar nicht mehr dran... Alter, so weit zurück ist das krass. Na, bin ich ja mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie der finale Kampf sein wird. Ich denke mir mal, dass wir gegen Lamp kämpfen werden. Ich lasse mich da mal echt überraschen. So, ich versuche mal mein Glück. Ja, das sieht gut aus. Ein tolles Sardin. Ähm... Na, ich esse mal. Ähm... Ich möchte jetzt ungern irgendwas kaufen, weil wir haben... Eigentlich sind wir gut ausgerissen. Wir haben überall gut Munition. Äh... Mhm. Wieso kann ich... Hä? Wieso kann ich denn keine Waffen mehr... Liegt das an diesem Plasmid, was wir gekriegt haben? Weil da stand ja, wer braucht schon Waffen, ne? Liegt das vielleicht daran, dass wir jetzt keine Waffen mehr benutzen können? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich, äh... Hoffe... Naja. Aber so sparen wir uns Munition. Das ist schon mal super. Ach, hier komme ich gar nicht weiter. Das klingt aber gerade nicht sehr... Nicht sehr toll. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Es hört sich so an, als ob gerade einer irgendwie in die Schüssel pinkelt. Okay, hier kommen wir... Das kommt von hier. Ah, hier sind wahrscheinlich wieder Gegner gespawnt. Vermute ich mal. Ja! Oh! Alter! Komm! Klappt ja super. Ne, ich glaube, ich bleibe in der Flamme. Ich glaube, ich muss mir gleich irgendwie einen Pulli anziehen oder so. Mir wird ein bisschen kalt umarmen. Achso, und hier haben wir ja das Dings gefunden, ne? Okay. Ist gerade sehr strange, dass ich die Waffe nicht mehr habe. Okay, jetzt haben wir alles abgesucht. Jetzt können wir eigentlich zu den Zügen gehen. In der... Hoffnung, dass wir da jetzt weiterkommen. Ich schaue mal. So, zu den Zügen. Dann gehen wir da mal hin. Jetzt haben wir ja alles schon mal schön leer geräumt. Das finde ich super. So. Ah ja, der tolle Safe. Ach, den habe ich immer noch nicht offen gekriegt, ne? Werde ich auch nicht versuchen. Ist mir egal. Nein. Nein. Nein, ich gehe nicht zurück. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Nein. 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 Okay, komm. Nein. Nein, mache ich nicht. So. Ähm. Ja, hier lang. Genau. Genau, der gehört auch noch zu uns. Der funktioniert noch. So, hier ist der Zug. Jetzt mal gucken. Den haben wir schon... Der hat, glaube ich, eine Säge in der Schulter. Ach, guck mal an. Wer ist das denn? Ist das unser Freund? Okay. Tote erzählen keine Geschichten. Habe ich recht? Falsch. Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und Lem weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Parker... für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals. Auf deine Art. Wenn du das tust, entriegele ich die Station für dich. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Ja gut, ist dann unsere... Ist dann quasi unsere Aufgabe. Das heißt, wir müssen halt quasi jetzt wieder rumgehen, wo ich quasi eigentlich schon war. Hätten wir auch direkt hingekonnt. Ist aber nicht so schlimm. Ich wollte ja sowieso ein paar Little Sisters wegen Adam. Äh, ein bisschen farmen. Würde ich sagen, machen wir... Machen wir in der nächsten Folge Bioshock 2. Und ihr schaltet dann fleißig ein. Dann geht's weiter. Äh, nein, ich mach jetzt keine Aufnahmepause. Ich zieh mir nur eben was an. Dann geht's gleich weiter für mich. Für dich geht's weiter in der nächsten Folge hier bei Bioshock 2. Und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Äh, ja. Bis dann, ich bin raus. Euer Flex. Ciao, ciao.